Allpick! Oh, shit. Noch mehr Carry? Ja. Versuchen wir unser Glück mal wieder damit. Ähm... In dem Fall... Vielleicht zuerst leben. Safelane, Offlane ärgern. Jo. Nö, passt schon. Geh ich da Offlane auf den Sack. Das, ähm... Oh... Ein Nightstalker? Auf... Auf der... Ist er von Monkey... Ach so, Monkey... In der Mitte? Hä? Gibt keinen Sinn. Troll ward, Mr. Indy mit ihm. Troll ward, Mr. Indy mit ihm. Ähm, ähm... Prepare for battle. Wieso laufen so viele Leute? Troll ward, du hast dich unten eingeordnet, du voll dead. Anja... Tyrannus. Troll ward, du hast dich... Oma achte... Jetzt hätte ich meine Scheiß-Schuhe haben müssen. Verdammt. Na gut, er hat seine Aura gehabt. Ich habe gerade gedacht, er hätte nicht aufgerüstet irgendwas. Aber tatsächlich hat er ja seine Aura. Danke für den Last-Hit. Mein erster Last-Hit wurde von X aus geführt, mehr oder weniger. So ungefähr zum Biss. Okay, ich bin vor denen. Ähm... Ich bin also alleine. Mist. Das ist nicht gut. Ja, das ist... Ah, guck mal, ich kriege Verstärkung. Oh, okay. Neko ist die Anze Zeit im Heren. Das muss ich mal kurz hier hin. Ach, das ist so teuer in dem Fall. Kannst du ein bisschen auf die Sprünge helfen? Scheiße. Glücklicherweise wurde ich nicht irgendwie nicht richtig getroffen. Ähm... Da soll ich mich immer noch Mana regenerieren. Dammit. Okay, ich glaube, der hat gerade eine Mango gefuttert. Ähm... Stimmt, so kann ich das Ganze zerstören. Ohne... Ja... Tropenschädel... Hey, was ist... Sag mal, willst du mich jetzt hier verkohlen, oder wie? Ich weiß nicht, dass meine Schuhe... Ganz dringend. Ganz dringend. Ja, was ist denn? Warum? Hm. Wie darf ich denn? Was ist denn schade zu? Wenn's denn soweit... Ist... In diesem Moment. Eindlich... Schuhe. Das Problem ist eben mit Necron seine Aura. Da muss man echt aufpassen. Das... Achso, das war der normale Angriff von dem. Man muss erst mal gegen diese dämliche Aura ankommen, ne? Das ist das Problem. Was habe ich mit... Necron und Axe? Ist das eine ganz schön... Krasse Kombi. Was jetzt... Alter, und gegen Axe kannst du auch nichts einsetzen. Einsetzen. Axe kannst du auch nicht wirklich was einsetzen. Der kann nur seinen eigenen... Was zufügen. Ich müsste nochmal mit meinem Warp... Das da... Zerlegen. Ähm. Ich müsste auch mal... Kurz... Nur mal kurz... Hier rein. Ja, ja, ja. Ich hab mir zwar eine 4er Heilung, aber... Das ist schon heavy, was der da zieht. Ähm. Weil das ist ja mehr als... 4 die Sekunde. Guck mal, da kann sich keiner mehr verstecken. Und das mach ich jetzt halt immer wieder mal, ne? Können die sich... Äh... Nicht in dem... Irgends verstecken. Das Problem ist im Moment immer, Mensch, ich hab keinen Manner. Aber... Hm. Hm, hm, hm. Lone be at the lane. Lone be at the lane. Weißt du was? Who cares? Die will ich mir jetzt... Und dann stecke ich da die Wards hin. Nur für... Sichtgründe. Okay. Okay. Äh... Früher ist noch nicht... Upgedatet. Ist jetzt nicht... Ist jetzt nicht... So tragisch. Genau. Füge mal deinen eigenen Leuten und negros Schaden zu. Das... Ähm... Was ist das so? Ich... Alter. So. So. Oh, Mensch. Lass mich mal kurz hier außen rummarschieren. Und nur mal... Just for fun... Da ein... Ort umsetzen. Äh... Das ist, äh... Stell mich mal kurz da rein. Aber guck mal, wie weit man gucken kann. Das ist doch... Ist doch wunderbar. Boah. Das Ex. Alter. Ja. Ich kann nicht. Scheimkleister. Ich muss echt aufpassen. Wenn er mich sieht. Wie finden die mich? Ich muss mal sagen. Die können mich ja gar nicht. Alter. Meine Fresse, ey. Sehr gut. Hm. Im Ernst, jetzt? Da unten läuft X rum. Die ganze Zeit schon. Dammit. Problem ist einfach, ich hab keinen Mana, um... Um gegen ihn anzustinken. Okay, jetzt kommt hier ein Ward hin. Seh mal, wenn er auftaucht. Was kann ich nicht? Das bringt jetzt was, oder wie? Speed is the heart of it. Hm. Hmm. Ja, das ist gut. Ich habe ausgerechnet Delta-Illusionen bekommen. So ein Mist. Und ich kriege keine Kohle für meine Schuhe, die uns den Arsch retten würden. Was bringt uns das jetzt? Ich habe ja noch nicht mal Kohle um... Ich habe keine Kohle für... Das ist einfach eizig. Ich sehe da, wo diese Welt endet. Ja, ja. Alter, im Ernst? Das ist nicht witzig. Das ist... Was? Das Update, nicht der Kurier an sich. Der Schick ist nicht witzig. Nee... Mann... Wieso habe ich eigentlich so wenige Mana-Regeneration? Ich habe ja prozentual, oder? War doch... 50 Prozent, klar. Damage. Vielleicht hätte ich so weiter vorne sollen. Den juckt das nicht. Den juckt das nicht. Der ist so gut wie tot und den juckt das nicht. Das ist so gut. Verdammt, jetzt habe ich Kohle und jetzt komme ich nie hin. Mist. Der mich hat ex. Er versaut mir ständig meinen Plan. Ja, ich soll dann mir selbst das liefern, was ich brauche haben. Ich kann nicht, verdammt. So, jetzt hole ich mir als erstes mal Volt. Das ist so glücklich. Das ist so glücklich. Meine Fresse, wer hat denn den zweiten Kurier gekauft? Unglaublich, ey. Unglaublich, unglaublich, ey. Das ist doch echt nicht mehr... Jetzt haben wir zwei Kuriere, aber keiner kommt auf die Idee, hier unten auf Bord zu helfen. Nur gegen Neko hätte ich ja noch eine Chance, aber Axe macht eben meine Strategie, dass ich hier einem das verpasse, ziemlich zunichte. Jüngstens habe ich jetzt meine Schuhe. Und da ist schon wieder Axe. Au, ja. Wenn ich den kopiert bekomme, ist das viel cooler. Weil der ja noch... Der ist ja geil. Wenn ich die jetzt hier reinziehen könnte... Nein, nein, nein. Haha. Haha. Das ist so witzig. Ich sehe, wo diese Welt geht. Die Dyer's Strukturen sind fortaliert. Shit. Ah. A mind sharper than any blade. Hm. Hm. Your middle tower is under attack. As you will. So. 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 Das war jetzt genau das, was keiner hier braucht hat. Zwei tote und nutzloser Ursa. Dann ist der Level 8. Dann soll der mal anfangen hier mit dem... Davor ist er doch... Davor ist er doch... eigentlich entworfen worden, oder? So früh wie möglich... Naja. Nein. Hoffen wir einfach mal, dass meine Wards mir hier den Haar schrecken. Hm. Double... Shit, jetzt hat er Double Damage. Das ist nicht so, dass die Wards nicht so gut ist. Das ist nicht so, dass die Wards nicht so gut ist. Ich weiß, wo diese Welt endet. Oh, Christi. Oh, Christi. Oh, Christi. Ach, Monkey King sitzt auf dem Baum. Den interessiert das ja nicht. Den interessiert das ja nicht. Den interessiert das ja nicht. Ja. Und den Turm angegriffen. Das war zumindest der Plan. Ne? Dass ich hier Lonely auf der Lange stehe. Erfahrung abgreife. Hauptsächlich. Ich muss nur aufpassen eben. Ah, nein. Dass ich hier nichts verpasst bekomme. Okay. Platz Sieg, ja. Ah. Nein. Ah, scheiße. Okay. Hat ja durchaus schon jetzt den Erfolg. Ähm. Genau. Jo. Das Spiel können wir aber recht gut schreiben hier. Ja. Ex. Das Ex. Das heißt, mir geht er nicht mehr auf den Keks. Hm. 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 Der jüngste Feuer war ja prozentmal. Wenn ich nur den Zorn überlege. Okay. Ähm. Ich bin noch schon auf dem Weg. Oh, also hat Sniper umgenietet. Dankeschön. Hm. Jetzt wärst du wieder langsam. Okay. Okay. Das war jetzt irgendwie... Nicht so cool. Leck mich. Ich bin viel schneller als du. Nein, nicht unbedingt. Aber... Puh. Ich hab's zumindest versucht. Hm. Bot Tower hab ich ja schon. Wer ist das? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ah. Mist. Was zum... Was ist denn meine Wads? Meine Wads haben versagt. Hm. Ja. Ja. Das ist wirklich... Was willst du denn? Ich kann... wirklich nicht viel machen. Ich bin eher so ein... Passiver, ne? Sollte euch klar sein. Hm. Das ist... So. 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 Shit. Nur in der Mitte. Okay. Auf jeden Fall kommt da jetzt keiner und geht mir auf die Nerven. Hm. Das Problem ist eben... Mein... Mana ist momentan... ein bisschen doof. So. Ich glaub jetzt können wir fast wissen. Fast. Sniper? Hm. Hm. Sniper müssen wir aufpassen. Hm. Hm. Endlich. So, endlich, Leben und Mana gleichzeitig Hatten wir eigentlich hier noch einen Counter? Ah, shit! Mist, 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 Mist Was hat er überhaupt? Dass er so oft hält Ja Krass Schadensblock Der Konter Auch ein guter Kandidat Für Ah, Dings Ja Wirklich, jetzt muss ich hin und her laufen Um Waves zu pushen, weil am Anfang irgendwer Mist gebaut hat Hä? Ach so Oh I see where this road ends Hmm Combine and conquer A mind sharper than anybody Mein Gott So Wieso krieg ich das überhaupt? Wieso krieg ich den Lahmarsch? Hm I see where this road ends Roshan has fallen to the dark Das hat sich schon bedarft Who cares? Super Dann Lebensregeneration Oder doch Scheiße Im Ernst? Hm Lass auftauchen Wirklich? Ich muss abhauen Tatsache Hätte ja nicht mit gerechnet Die Dyer Structures Are fortified Die können tatsächlich nicht Ja, sie können nicht dadurch Wenn ich Wenn ich meinen Warp da hinsetze Und sie nah genug dran sind Fängt ja nix Ähm Guck doch mal auf uns Auf die Bot Lane Werte Kollegen Top und Bot Da sind wir so weit vor Momentan Hm Moment Irgendwer hat hier mein Irgendwer hat hier mein Rezept für die Schuhe Und ich kaufe mir grad ein zweites Paar Wann mal stimmt da nicht Ja, genau Ja, den Scheiß Ja, ich würde verbrauchen Ah, ja, klar. Scheiße, dämlicher Sniper. Hm. Das klappt so nicht. Was soll der Scheiß? So ein Mist, jetzt haben wir euch den Shit hier verkaufen. Nur weil gerade eben der falsche Kurier angelatscht kam. Ah. Monkey King die ganze Zeit da oben. Was macht das überhaupt in mir? Angriffstempo 120 erhöht, alles klar. Komischerweise haben wir dich jetzt aus irgendeinem Grundzug gezogen. Oh, hellblau. Bloodseeker ist da. Tatsächlich. 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 Ich soll aufpassen und zurückgehen. Ist das wirklich dann das, was du hier ausgedacht hast für mich? Tatsächlich. Warte, wo war denn hier? Da. Ich muss ja sagen, aber wir müssen hier auch schon rein. Lauf. Oh! Damathrix guides me. Hmm. As you believe. Oh! Wicked sick! Dominating! Hmm. Enrique. Mist, 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 Mist Irgendwie läuft das jetzt überhaupt nicht so wie gedacht Mist, Mist, Mist Ah, nein, nein, das ist toll Das ist toll Das Strukturen Radean sind fortified Ich sehe wo diese Straße endet Okay, unsichtbar machen kann ich mich nicht, aber ich kann mich schnell bewegen. Das reicht meistens schon, witzigerweise. Ähm. Wer ist das? Nein, Sula. Nein, Sokka. Nein, Sula. Nein, Sula. Nein, Sula. Nein, Sula. Das ist jetzt echt ärgerlich. Exzellent. Amo, from my advantage. Ich hänze halt nochmal her und versuchen irgendwas zu pushen. Sehr gut. Ähm. Gut. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 6. 6. 7. 7. 6. 6. 7. Okay. Das ist natürlich jetzt doof. Das ist natürlich jetzt ziemlich aufgerastet. Sehr gut. Okay. Nein. Scheiße. Oh Mann. Wunderbar. Ich krieg noch mehr Last Hits. Ganz wichtig, dass ich das jetzt bekommen habe. Hm. Nein. Ah. Mist. Monkey King ist so schlecht. Wie kann man nur so als Monkey King so... Äh. Gibt's doch nicht. Nein, jetzt auch nicht. Ich bin der Wettner. Ach, scheiße. Wir haben sowas von verloren. Phantom Assassin, klar, zehnmal gestorben. Und ich dachte, ich wäre schlecht gewesen. Mist. In 62 Sekunden. Ach, klar. Ich hab ja noch... 30 extra. Ah. Das ist doof. Hm. Und das, ähm... Hat sich jetzt auch erledigt. Nein. Gern. 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 Einst du hast in den Hände zu verletzen. Gern. Einst du hast in den Hände zu verletzen. Die Strukturen sind verletzt. Scheiße. Jetzt kommt natürlich Sniper. Ich hoffe, der macht das. Weil dann pushe ich hier gegen. Das ist ja so gärmig positioniert da. Was war das denn? Ah, okay. Sie ist hinterher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sehe, wo diese Straße endet. Nicht so schnell. Speed ist die Höhe. Oh. Scheiße, zu spät. Sniper könnten sie kriegen. Machen wir es mal. Oh ja, Unsichtbarkeit. Schade, dass die, äh, dass dieser Einsatz von irgendeinem Zauber das, äh, beendet. Oh ja. Ah, das ist so cool. Ah, scheiße. Ah, schon wieder. So ein missverster Sniper. Aber ich habe nichts, womit ich den halten könnte. Außer, ich ziehe den durch meine Ulti durch. Ah, scheiße. Okay. Ah. Arschgarten. Da, da, da. Alle auf den. Das gibt's doch nicht. Wieso verdammt? Wieso? Nein, okay, du bist so dämlich. Du darfst ihn doch nicht angreifen. Nicht direkt auf jeden Fall. Das erste Mal hätte ich 25. Der steht ja lange nicht mehr. Das ist echt. Ach, er ist weg. Scheiße, jetzt geht er nicht durch die Wand gehören. Scheiße. Du darfst dich da jetzt zum falschen Angeltritt haben. Boah, wenn ich das noch gewinne, wenn wir das noch gewinnen wollen, wird das echt schwer. Vor allem, weil Axe sich jetzt gerade zurückgekauft hat. Axe ist schon wieder da. So. Keine Ahnung, ich kann nur versuchen, den irgendwie... Noshan has fallen to the dungeon. Scheiße. Schatz. Ich hätte es doch nach vorne setzen sollen. Dieser dämliche Night Stalker. Was wird denn eventuell das Leben kosten? Ach scheiße. Das hat ja jetzt mal gar nichts gebracht. Was? Das ist traurig. Ich bin mit 21 der stärkste im ganzen Team. Und ich kämpfe gegen Eds auf Level 25 mit einer Menge Kohle, weil er wenig gestorben ist. Ähm. Was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Ja, Leiter. Was soll ich sagen? Hab ich nicht festgestellt. Zurück mal gestorben. Da brauchst du deinen Stun und zwar direkt. Das ist das Problem, die kaufen sich zurück. Merkwürdig, dass wir auf Top durch sind. Das hatte ich gar nicht bemerkt. Haben wir da wirklich so weit pushen können? Das heißt, wir haben hier auf Top noch Chancen. Und dann haben wir hier noch jeweils zwei Türme vor der Base stehen. Ich meine, klar, hier kommen wir ja locker durch, aber... Ähm... Sniper... Hm... Bloodseeker... Ich hätte direkt die Mauer da hinsetzen sollen. Und dann... Das... bringt jetzt recht. Der hat mich überholt. Tatsächlich. Jawohl... 16 mal gestorben. Hm... Ah... Oh, so... Das... Das eigene Team. Ähm... Das war wirklich... Grauenhaft. Wie kann man sich als Phantom Assassin 16 mal niedermähen lassen? Und ich meine... Drei Tote waren jetzt bei mir in der Schlussphase. Ähm... Ich möchte mal hier mal sehen. X... Der war extrem gut. Gut, gut... Ja... Normalerweise... Und wenn hier irgendwie jetzt Durchschnitt ist... Das gibt's nicht. Tatsächlich... Oh Gott... Normal stirbt der 14 mal. Und hat 5 Kills. Das ist ja... Das war... Für den Durchschnitt. Ein grauenhaft schlechtes Spiel war für den Durchschnitt. Ich meine... Klar, ich habe jetzt nicht mit dem keinen ordentlichen Win Rate oder so. Aber... Bitte? Support... Wieso habe ich eigentlich... Naja... Ein bisschen zu gut habe ich... Naja... Also das... Das nenne ich mal peinlich. Und das ist wirklich peinlich. Vor allem mit Troll War. Unglaublich. Take, back up! Und... Oh Gott.